Zwischen Herde, Baukau und Krange, da baut die Bahn eine neue Brücke. Ja, und der Pokal zu Fußball-Europameisterschaft tot aktuell in Deutschland. Im Sommer beginnt die Euro, gleich im Neuen macht er Halt am Kölner Hauptbahn. Und Fabian, da können wir hingegen direkt ein Selfie machen. Und er geht dann am Wochenende in Vereine, das ist also eure Chance. Ich mache euch ein. Guten Morgen am Kibela am Niederrhein. Ich sehe, bei euch baggert sich die Sonne schon ein bisschen durch die Wolken. Ui, und in Erfenstadt, da sehen die Wolken gerade ganz spektakulär aus. Also wenn der Regen bei euch durch ist, geht es netter.